Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Runde League of Legends, jetzt seit langem mal wieder auf meinem Kanal und wir werden jetzt mal Six Midlane spielen. Ich hab'n Haarm und ich bin körperlich eingeschränkt, jetzt die Runde zu zocken. Ah, oh Mann! Jackpot! Ich glaub, ich hab' noch'n Haarmund. Hä, wieso? Oh, ich hatte doch die ganze Zeit kein Haarmund. So, ja und jetzt noch mal ganz in Ruhe. Hallo und herzlich willkommen zu der Runde PhilPlays jetzt. Was mich jetzt motiviert hat, die Runde jetzt noch mal so schnell wie wirklich zu zocken ist, folgender Kommentar. Und zwar stand da irgendwie, oh, du bist einfach mal der Übergamer und zackst in jedem Game. Nur weil ich letztens ein bisschen zusammengeschnitten hab, weil wie ich in jedem Game verliere, heißt das nicht, dass ich überall ein Scheiße bin. Also ich kann mich schon anstrengen und dann denke ich, könnte man auch mal was reißen und das probiere ich jetzt unter Beweis zu stellen. Also ich versuche jetzt, mit Mühe, mit Mühe geben, einfach mal eine nice Runde zu zocken. Oh, was, Alter? Oh, was, Alter? Oh, ich hab lange nicht mehr gespielt, das merkt man. Ich spiel doch zur Zeit erst wieder ein bisschen. Die bleibt auch noch da. Das ist aber, das ist aber nicht. Ich hab keinen Mana. Ich hab keinen Mana. Ich hab keinen Mana für mein... Oh, ich hab's voll vercheckt. Ich hab keinen Mana. Als Lieber würde ich mich auch nicht schätzen. Aber wie gesagt, ich versuch besser zu werden. Ich trainiere jetzt. Ich fange an zu trainieren. Ich schwöre. Ich werde besser. Ich glaube, ich versuche jetzt erstmal, die Mitte jetzt hier echt nicht einbrechen zu lassen. Okay, ausgeschalten. Mit meiner Pässe. Ja, das wird auch noch was. Das ist ja nicht. Ich glaube, ich werde froh. Rette mich hier. Nice. Nice. Danke, Malte. Danke, Malte. Oh, fast. Alter, das gibt's doch nicht. Ey. Ja, okay, ich hab alles gemacht, aber was soll ich denn machen? Ich rieße. Ich rieße. Ich hab mich, glaube ich, verrochen. Oh, der kriegt sogar... Fast im ganzen Fall. Komm, Alter, komm, Alter, jetzt bitte. Ja, Link, die kriegst du, die kriegst du, die kriegst du. Ich krieg jetzt aber bestimmt kein Assisten mehr, ich weiß nicht, auch scheiße, Alter. Akali ist so ekelhaft. Mann! Ohne Sinn und Verstand, Alter. Ohne Sinn und Verstand, Alter. Mann, Alter, Mann! Mann! Ihr könnt ja einfach mal aus Spaß in die Kommentare schreiben, was ihr für eine Division seid. Dann werde ich mal sehen, mit was für Proben wir eigentlich zugucken hier. Ich wette, unter euch sind einige Platten-Spieler. Oh, was? Oh, was? Alter! EFFECTS! HAPPEN THE HOUSE! I need you! SPENGTHEN geil, Alter! Jetzt kriegen wir auch noch den Dragon! Ey, 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 ey. Jut, ich würde jetzt hier auch nicht so weit rein laufen. Alter, Six geht ja übelst ab. Oh, freut mich das, dass ich jetzt mal ne gute Runde erwischt hab. Oh, die Akkadier ist so ekelhaft, alter, die ist ekelhaft, 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 ekelhaft. Oh, wir haben auch viel Geld. Wir hätten auch vielleicht mehr ausrichten können, wenn wir mehr Dinge gekauft hätten. Das können wir uns hier noch so einen nice Schlagstock leisten. Wir haben noch keine coolen Lichtschwerte. Wir haben einen Ace. Ich hätte gesagt, wir pushen dort, bis wir nicht mehr pushen können. Wir holen uns dann einfach noch den Baron. Aber das wäre schon wieder over greeted, hätte ich mal gesagt. Ja, ich weiß nicht. Alter. Alter. Das kriegen die allein, das kriegen die allein, die überziehen sie hin. Alter, den klauen wir das jetzt noch. Jetzt gewinnen wir das Game. Es ist passiert. Meine Kamera ist jetzt komplett alle. Ich hab jetzt hier meine Notfallkamera. Wieso dauert das Game jetzt so lange, alter? Ich hab leider nicht so viel Zeit. Es ist gerade ein Dilemma. Hätte ich damit gepusht, hätten wir gewonnen. Nein. Das Game kann doch nicht so unendlich lange dauern, Mann. Erstmal ne Hose anziehen, weil es gleich los geht. Neue Leute aus dem Team sind schon wieder tot, alter, Leute. Oh Mann, warum geht das? Ich muss jetzt los. Das kann doch jetzt nicht einfach mal zufällig über eine 60 Minuten Runde sein. Ne, alter. Ey, aber ich will jetzt echt nicht, dass die los pushen. Das ist das letzte, was ich will. Dann komm ich lieber zu spät. Egal wohin. Fickt euch einfach. Ne, alter. Da quäl ich mich hier halt ab, ja. Dass ich das Game noch gewinne. Bleibt hier bis zur letzten Sekunde und verlier's noch. Ne, gut. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Ende geht besser. Hätte ich vielleicht auch nicht unter Zeitdruck so leicht. Dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen anders gespielt. Tut mir leid, dass es jetzt so ist. Ich muss jetzt echt los. Also, ja. Ciao. Macht's gut. Ich geh jetzt zum Kaufland und hol mir ein paar Sternis.